Heute zeige ich dir sieben neue Funktionen in Zoom, die seit Anfang 2021 hinzugekommen sind und die du möglicherweise noch nicht kennst. Wenn du wissen willst, wie du noch mehr aus deinen Zoom-Meetings rausholen kannst, dann bleib jetzt dran. Am Ende des Videos stelle ich dir als Bonus noch zwei weitere Funktionen vor, die auch bald verfügbar sein werden. Bereit? Dann geht's jetzt los. Zoom bringt fast jede Woche ein Update seines Clients, also seines Dienstprogramms, heraus. Wie du deinen Zoom-Client aktualisierst, habe ich in einem früheren Video erklärt, das blende ich dir hier ein. Wenn du die folgenden Funktionen bei dir in Aktion sehen willst, solltest du auch sicherstellen, dass dein Zoom-Client aktuell ist. Ich habe das gerade getan und zum Zeitpunkt dieses Videos ist die Version 5.7.3 die aktuellste. Die Zoom-Versions-Updates beinhalten mal große, mal kleinere Funktionsneuerungen. Natürlich ist auch viel Fehlerbehebung dabei, die sogenannten Bugfixes und es gibt auch Verbesserungen, die nur für Systemadministratoren relevant sind. Damit du dich nicht durch den Wust der Update-Texte wühlen musst, habe ich das für dich getan und stelle dir meine Top 7 Neuerungen bei Zoom seit Februar 2021 vor. Neue Zoom-Funktion Nummer 1 – Der unsichtbare Stift Der unsichtbare Stift sollte besser verschwindender Stift heißen. Hier hat mal wieder das berüchtigte Zoom-Deutsch zugeschlagen. Was ist gemeint? Für das Zeichnen auf dem Whiteboard bzw. auf Dokumenten steht dir mit dem Varnishing Pen oder eben unsichtbarer Stift ein Stift zur Verfügung, dessen Linien schon nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Das ist praktisch, wenn du nur kurz auf etwas hinweisen willst und etwas mehr als deinen Mauszeiger dafür benötigst. Wie du siehst, werden die Linien des unsichtbaren Stifts tatsächlich sehr schnell unsichtbar. Neue Zoom-Funktion Nummer 2 – Hintergrund weichzeichnen Skype-Veteranen werden die Funktion kennen, dass man den Hintergrund seines Bildes weichzeichnen kann, während das eigene Gesicht scharf gestellt bleibt. Lange Zeit fragen sich sicher viele, warum Skype das kann, Zoom jedoch nicht. Doch inzwischen kannst du auch mit Zoom deinen Bildschirm Hintergrund unscharf stellen. Du findest die Funktion unter Hintergrund und Filter in den Zoom-App Einstellungen und dort unter den virtuellen Hintergründen als weichzeichnen. Als Hintergrundbasis wird hier immer dein echter Hintergrund genommen und nicht einer der verfügbaren virtuellen Hintergründe. Ob es gelungen aussieht oder nicht, überlasse ich dir. Aber ich sage mal, besser als Skype hat Zoom den Effekt jetzt nicht unbedingt hinbekommen. Ich jedenfalls bleibe lieber bei meinem echten Hintergrund. Neue Zoom-Funktion Nummer 3 – Videos direkt im Meeting teilen. Lange Zeit konnte man in Zoom Videos nur mit anderen teilen, wenn man diese über eine Website oder ein eigenes Programm, also z.B. den VLC-Video-Player abgespielt hat. Nun kannst du dein Video auch direkt mit Zoom abspielen. Und zwar findest du diese Funktion unter dem Reiter Erweitert und er heißt völlig überraschend Video. Wenn du darauf klickst, öffnet sich ein Datei-Dialog und du wählst einfach dein Video aus. Es muss sich um ein Video im MOV- oder MP4-Format handeln und die Auflösung kann maximal 1080p betragen, also Full HD. Sobald du dein Video ausgesucht hast, erscheint ein Video-Player direkt in Zoom und du kannst dann damit dein Video anderen vorspielen. Ich hatte den Eindruck, dass die Übertragung damit tatsächlich flüssiger läuft und die Verzögerung zwischen Videoquelle und den Empfängern, also zwischen dem Abspielen hier auf meinem Computer und dem Empfang auf dem Handy, deutlich geringer ausfällt als vorher. Wenn du also in deinen Meetings Videos zeigen möchtest, verwende am besten diese neue Funktion. Neue Zoom-Funktion Nummer 4. Bildschirm in alle Breakout-Rooms teilen. Wegen dieser neuen Funktion musste ich tatsächlich das Skript für meine Zoom-Schulung ändern. Bisher sagte ich meinen Kunden immer, außer der Möglichkeit, eine kurze Textnachricht in alle Breakout-Rooms zu senden, kann man als Gastgeber nicht mit den Teilnehmern in allen Breakout-Rooms gleichzeitig kommunizieren. Das stimmt inzwischen nicht mehr, denn seit wenigen Wochen kannst du als Gastgeber den Inhalt deines Bildschirms in alle Breakout-Rooms übertragen. Dazu startest du deine Breakout-Session und dann klickst du auf Bildschirm freigeben und wählst dann unten die dritte Checkbox für Konferenzräume freigeben aus. Und tatsächlich, obwohl ich mich jetzt hier gerade im Hauptkonferenzraum befinde, kann mein Teilnehmer in Breakout-Room 1, das ist in diesem Fall mein Handy, den geteilten Bildschirm sehen. Das ist sehr praktisch, um zum Beispiel Aufgabenstellungen für alle Breakout-Room-Teilnehmer dauerhaft sichtbar zu machen oder aktuelle Infos in die Räume zu tragen. Wichtig dabei, es wird nur der Bildschirminhalt übertragen, kein Audio. Und falls gerade jemand in einem Breakout-Room seinen Bildschirm teilt, wird seine bzw. ihre Bildschirmfreigabe beendet. Damit diese Funktion bei allen funktioniert, brauchen alle Teilnehmer mindestens die Zoom-Client-Version 5.7.0. Neue Zoom-Funktion Nummer 5 – Beeindruckende Ansicht – Immersive View Diese Funktion nennt Zoom ganz unbescheiden beeindruckend und ich habe sie bereits in einem früheren Video vorgestellt. Da sie aber ganz eindeutig zu den Top 7 neuen Funktionen in diesem Jahr zählt, stelle ich sie dir auch hier noch einmal ganz kurz vor. Anstatt jeden Teilnehmer eines Zoom-Meetings in seinem eigenen Kamerakästchen zu belassen, kannst du mit der neuen Ansicht namens Immersive auch alle Teilnehmer in einer vorgefertigten Szenerie platzieren. Dazu wählst du entweder eine von Zoom bereitgestellte Szene aus, in denen es schon festgelegte Sitzplätze für die Teilnehmer gibt, oder du lädst deine eigene Szene hoch. Das macht die Meetings lebendiger und man bekommt ein bisschen mehr das Gefühl, tatsächlich mit den Teilnehmern in einem Raum zu sein. Für eine ausführliche Beschreibung der beeindruckenden bzw. immersiven Ansicht blende ich dir hier oben mein Video zu dieser Funktion ein. Neue Zoom-Funktion Nummer 6 – Zoom-Apps für Meetings Möglicherweise kennst du bereits den Zoom-Marktplatz für Apps. Das sind kleine Programme von Drittanbietern, die deren Software mit Zoom nutzbar machen. Die Apps gibt es schon länger und inzwischen gibt es auch schon eine stattliche Anzahl davon. Unter den Anbietern sind einige Namen, die vor allem Coaches und Trainer kennen werden, z.B. Mentimeter oder Mural. Witzigerweise ist auch Microsoft Teams dabei. Neu ist jetzt, dass alle Apps direkt aus dem Zoom-Client heraus aufgerufen werden können. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr unbedingt auf die Webseite des Drittanbieters, um deren Dienste dort zu nutzen, sondern kannst alles aus Zoom heraus starten. Und um dir zu zeigen, wie die Integration von Apps in Zoom nun aussieht, habe ich mal ein Meeting gestartet und du siehst, hier unten gibt es die neue Schaltfläche Apps. Und wenn ich darauf klicke, dann werden mir alle bereits installierten Apps angezeigt. Das eigentliche Installieren machst du über die Browser-Website. Das ist so ähnlich wie vorher. Aber was neu ist, du kannst jetzt hier direkt über diese Seitenleiste in deine Apps reingehen. Und du siehst, hier bin ich mit meinem Mentimeter-Konto verbunden und kann hier eine der Präsentationen aus Zoom heraus starten, mit meinen Teilnehmern den Link teilen und dann eben über Freigeben die eigentliche Präsentation starten. So geht das alles viel schneller, als wenn man zwischen Browser und Zoom-Fenster hin und her wechseln muss. Neue Zoom-Funktion Nummer 7. Update der Client-Version erzwingen. Kommen wir zur letzten vorgestellten neuen Funktion in Zoom und die hängt praktisch mit allen bisher vorgestellten Neuerungen zusammen. Denn für einige davon musst du ja sicherstellen, dass deine Teilnehmer auch eine aktuelle Version des Zoom-Clients haben. Und um sicherzugehen, dass alle deine Teilnehmer eine aktuelle Version haben, bevor sie das Meeting betreten, kannst du jetzt die Mindest-Versionsnummer festlegen, mit der Teilnehmer an deinen Meetings teilnehmen können. Das kannst du nur über die Administrator-Option einstellen. Dort unter dem Abschnitt Benutzer müssen den Client aktualisieren, kannst du für jedes Betriebssystem bestimmen, welche Version deine Teilnehmer haben müssen. Eigentlich super, aber Vorsicht! Wenn du Meeting-Teilnehmer mit einem Zoom-Konto hast, dass diese nicht selbst verwalten können, dann können sie unter Umständen den Zoom-Client gar nicht eigenständig aktualisieren. Das heißt, du würdest sie damit vielleicht ungewollt ausschließen. Wenn du also Teilnehmer von mittelständischen oder großen Betrieben hast, empfiehlt es sich eher nicht, diese Mindestvorgaben zu aktivieren. Bei Einzelunternehmern oder Privatpersonen hingegen könnte das tatsächlich im positiven Sinne dazu beitragen, dass alle Teilnehmer von Beginn an alle neuen Funktionen nutzen können, die ich dir in diesem Video vorgestellt habe. Das waren also die sieben wichtigsten neuen Funktionen bei Zoom seit Beginn 2021. Welche Funktionen findest du am spannendsten und welche hast du schon ausprobiert? Schreib es mir in den Kommentaren. Und wie zu Beginn versprochen, kann ich dir jetzt noch zwei weitere Funktionen nennen, die bereits angekündigt sind und schon bald in Zoom verfügbar sein werden. Videos in Warteraum einbinden. Den Gästen, die in deinem Zoom-Warteraum auf den Beginn des Meetings warten, kannst du bald eine persönlichere Botschaft in Form eines Videos vorspielen. Aktuell läuft diese Funktion noch in einer limitierten Testphase, zu der ich leider keinen Zugang habe. Fokusmodus. Eindeutig für Lehrveranstaltungen gedacht, ist der für den 7. August 2021 angekündigte Fokusmodus. Damit kann der Gastgeber einstellen, dass nur er den geteilten Bildschirm eines Teilnehmers sieht und er kann zwischen mehreren geteilten Bildschirmen der Teilnehmer wechseln. Darüber hinaus kann die Interaktion zwischen Teilnehmern beschränkt oder unterbunden werden. Jetzt bist du voll auf dem Laufenden, was die neuen Funktionen bei Zoom angeht. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du noch mehr ins Detail gehen willst, ist vielleicht meine Zoom-Studung für dich interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleib gesund und bis zum nächsten Video. Dein David von Neumann Digital.